ich kann das gar nicht anders legen egal wo wir die knochen 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 jetzt hast du mich nicht töten dass du witzig und einig töten kann die wollte am ende die sachen von mir bekommen ja entweder die gibt es die schmeißt du einfach in irgendeine kiste rein ja du weißt ja ob ich die nieder nicht ja ja bis dahin bin ich geläftelt und was ist wenn ich das jetzt mache es ist einfach nur schlimm bis dahin ist er nicht geläftelt wahrscheinlich alter was wollte ich jetzt holen ich möchte es echt nicht wissen was du da gerade fabriziert hast mich wirklich nicht ah ich glaube ich komme raus ich habe den gang gefunden wo ich vorhin reingegangen bin ah ok jetzt weiß ich es wahrscheinlich wieder so ein so ein fall für anfall fall für anfall ja ein fall für voll anfall soweit ich das hier gerade überblicken kann die lage hast du psychische du hast probleme michi du hast einfach so ja weil er hier überall feuer wieder plantet von mir ja er hat einfach so wie viel herzen kriegst du davon abbezogen zwei und ich bin draußen nein so gut wie der hier beim abbauen übrigens mit rechtsklick der Pat ich bin gleich du hörst auf michi ich bin ja pech gehabt und hier ich bin ich höre ich höre ich höre ich habe sie im labereimer ich höre mir jetzt ja dem helde mit so helfe ich dem auch gleich wichser ich brenne ja schade dass ich da gerade wasser nicht plantet warum fluchst du jetzt die treppe so justin pass auf justin michi kommt mit dem feuerzeug egal ich ziehe doch nicht das haus an aber draußen alles brennt das haus kann auch nicht wegbrennen ja ich kann das wegbrennen zumindest die einzelnen etagen nein er kommt ja hier kann man nichts drauf platzieren na der feuerzeug ist kaputt toll ja ich ziehe dir ganz recht michi äh michi so du kannst jetzt mal bonnmiel platzieren willst du den keller weiterbauen ich habe kein bonnmiel nur noch zwei stück und bei sowas bei der letzte alle letzten knochen und michi ja willst du den keller weiterbauen habe ich da was gebaut ja hast du wo ist das die namaquellen da äh so darunter jemand machen oh ich muss kurz afka sein ich muss afka sein warum ja ich muss was machen ja ich muss erst mal facebook schreiben warum ist hier eine treppe weg ach ja die hab ich ausfüllen abgefackelt oh alter in am kühlschrank bitte nicht töten ach ich lefte lieber mal wie soll ich überhaupt töten naja ich hab sie immer mal trotzdem dann würdest du ja das ganze haus ab afka aber ich weiß abfackeln bis gleich das stimmt gar nicht ich muss vergessen aber einfach ganz schnell machen laber einmal hin laber einmal weg und dann würde er brennen ja wenn wenn was das brennen würde dann könnte ich das ja schnell löschen das feuer oh alter fast aufs Herz gesprungen so ähm ich glaube ich ja ich lauf auch gerade wieder sorry jetzt kann ich dir grad das Prinzip der Erntemaschine nicht mehr so ganz zeigen mach irgendwas konstruktives aber renn bitte nicht hin und her oh du brauchst michi du brauchst michi wenn er nicht da ist nicht nachmachen ne ich hab grad nur irgendwie langweilig und ich weiß nicht was ich machen soll dann mach irgendwas ich mach das haus weiter wo ist hä wo sind meine Samen waren die schon leer keine ahnung ich hab keine ja sie sind leer lass nochmal kurz alles im Ofen was ich habe und dann anscheinend baue ich im Haus weiter das ist ja voll blöd ist das naja vielleicht kriege ich hier ja grad noch welche das das blöde an dem texture pack ist dass du nicht siehst äh wo noch Gras drauf ist und wo nicht also äh ich seh das immer nein also dieses normale äh also ich mein dieses normale Gras da bei mir ich seh also ich kann äh du kannst das nicht so ganz also ich kann das grad nicht so ganz definieren ich kann das immer sehen so hier noch alles flügen äh so passt doch ach man warum kannst du unter mir was weg machen man warum fehlt hier ein Erdblock möchte ich jetzt nicht weiter drauf hinaus labern ähm michi genau äh dann mach dir hier einmal mit denn es ist gleich alles kaputt ich glaube du musst wir müssen da gleich noch eine Treppe entsetzen aber es ist noch es ist noch keine keine mega Verstörung mehr Zerstörungswut da gewesen noch nicht ja könnte man schon so vermuten mit noch nicht hier ist häufig Stein drin Justin wieso hast du hier so viel Stein noch reingeknallt das weiß ich nicht da hat noch irgendwer hat da noch mehr Stein reingeknallt ich hab da ja schon voll viel Stein reingeknallt ja ja gut ich hab eben noch zwei Stacks reingemacht ja okay der Rest war ich davor ja da waren schon voll viele ich weiß ich hab da schon alles reingetan weil ja weil ja halt ähm äh jetzt muss ich mal gucken wie es war was wollte ich jetzt holen ich wollte Zizo holen wir haben doch hier voll viele gehabt oder äh ja ach ja hier sind ja noch voll viele Samen ich nehm jetzt alles mit und ja weil oben in der Kiste war fast gar nix mehr ja oben gehören die auch nicht rein ja oben gehören unten rein ähm nein Alter wir haben fast keine Bricks mehr okay wir haben ganz viel Cleanstone ja was meinst du ich habe auch wir haben auch voll viele Bricks verbaut ich habe ja auch für meinen ja für meinen Teil für meinen Teil hier voll viel oh das ist ein Hund darf ich ihn töten ich den Hund nicht die Katzen habe ich schon gekillt zu spät wie mit Herr Sommer gerade ja schon sehr schön aber das sieht ein bisschen anders aus ähm ich ich hab dir Flint also Flint nein haben wir nicht mehr du brauchst kein Feuerzeug und wir haben kein Flint das haben wir für das andere Feuerzeug aufgebaut das Flint ja für das Portal Feuerzeug boah wie das wie das bug ey das Teil und das hast du ja schon auf euer Haus in dem Tech-Job-Pack das sieht komisch aus bei mir nicht bei mir schon ist dann blöd ich was so ich stehe da mal wieder nur rum ja weil ich gerade die Textur wechsel äh ich sehe dich gerade nur von ganz oben vom Dach frag mich nicht glaub ich jetzt boah der hast du du scheiß stalker nach der richtige weißt du was ich du wirst mich gleich nicht mehr stalker 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 mich nicht mehr erstmal lädt das Tech-Job-Pack dem 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 Alter ich hab immer noch so viel jetzt freut er sich da runter ich muss eh weiter bauen hier keiner von euch findet mich und ich finde ihr kriegt meinen YouTube-Kanal ihr habt eine Minute und los oh wow ich weiß wo du dich eingegraben hast und außerdem ist da noch kein Gras drauf auf dem Blog weißt du los schnell find ich dann kriegst du einen YouTube-Kanal und das war noch keine eine Minute ich kann auf Outer City gucken ja und mit der Zeit aber nicht wo ist der Justin ich stehe draußen außerhalb das ist jetzt echt nichts besonderes mehr da ist er doch ich hab dich gefunden die Minute ist schon rum Passwort und E-Mail bitte die Minute ist schon seit 5 Minuten rum ne boah ich hab gerade so 800 FPS oder so oh herzlichen Glückwunsch ich hab euren Gamer-PC man ja den High-End-Mac ne boah ihr müsst mal eure solch mal eure 2 Tage einrichten oder so ja mach das wir haben da eh noch nichts noch nicht viel dran gemacht nein ich hab da nichts drinnen ehrlich wir haben da nichts dran gemacht hab ich gesagt nichts drinnen also stimmt schon aber erstmal die fucking klauen oh aufm Senkel ich baue das jetzt ab und baue da jetzt so ne blöde Treppe hin wo wo sind die Treppen hier so ich nehm jetzt einfach nur eine und dann holen wir bald eine irgendwann mal so alter ich hab grad Höhlenmusik angeht er mir voll auf dem Senkel ja ja mein JustLP gleich hoch wenn ich was mache hier komm drei Muskeltiere hm nein du nicht oh was ich hab vergessen was kann man da was kann man da denn reinbauen ähm weiß ich nicht weiß was aus welchem Material soll die nächste Etage werden Patrick alter ihr labert durcheinander was Patrick dreh dich mal kurz um guck dir mal das Holz an aus welcher Etage sollen die nächsten Wände werden äh aus welchem Material aus Holz ja äh ja aus was Holz meine ich aus diesem äh roten guck mal unten äh in die Kiste ich glaub das müsste Fichtenholz oder so sein unser Boden hä? wie unser Boden ist ja kann sein ich weiß es nicht so genau ja das rote ist unser Boden ja kann schon sein ich baue jetzt erstmal hier unsere Kakaobohnen ab ich weiß echt nicht ich weiß was ich da reinbauen kann aber dann muss ich achten mal hier runterlaufen ich nehm erstmal hier ein Stack Tropenholz obwohl ah Tropenholz welches Holz nehm ich denn oah du kannst du kannst ruhig jedes kannst ruhig jedes ich hatte das Holz raus genommen und du satierst dann hab ich das Falsche gehabt du kannst ruhig jedes Holz jede Holzsorte nehmen ist ja scheißegal wir haben von über von allen Bäumen haben wir hier überall in der Nähe genug ich glaub ich mach mal hier unser das ist das richtige Holz nein das ist falsch scheiß jetzt was kann man da denn reinbauen wo ist das normale Holz Team ist am besten ja Justin es ist schon wieder nacht und nein wir gehen jetzt kann man nicht schlafen das ist mir klar ne eh grad beim Baum ja dann kommt mal geht das hier nämlich auch vielleicht mal ein bisschen voran aber es wäre es würden so einiges in eurer zweiten Etage unter Umständen spawnen ja ich hab alle wackeln weggenommen ja mach mach bau einfach gleich wieder welche im Endeffekt nichts spawnt ich bin grad nur kreativ scheiß jetzt was das heißt jetzt heute macht so ich hab mir grad 16 Täune gemacht ach fehl so erstmal alles abreißen hier ich erweitere gerade mal unsere ähm Kakao Farm hier ein kleines Stückchen ja mach den nochmal ein bisschen anders dass man äh jeweils auf beiden Seiten pflanzen kann ach du meinst ach so ok das ist scheiße wenn man nur auf einer Seite pflanzen kann ach so scheiße warte das war falsch dann muss ich das ja da hinbauen muss ich hier erstmal unsere Erde abreißen warum redest du so komisch weil ich es kann kann das auch mein das war doch der der einmal seine sticht also komisch verstellt hat hat mich voll aufgeregt auch hin noch eins ich hab doch noch ein Dekko aber ich bin runter gefallen das ist nicht cosize ist echt nicht cool wie habt ihr euch beide kennengelernt erst mal eine stunde auf dem server gelaufen weil man es ganz cool fand ehrlich ja das war die definitive definition und habt ihr schon mal live getroffen oder so nein ihr wohnt doch so bei nach hofer was was ich gesagt habe was weißt du da schon die sachen gespawnt auf als in der zweiten etage ich habe noch sicher nur noch zombies in der creepers tut es mir echt leid ist halt so du musst es halt ausbessern wie das nicht der zombies eindeutig aus in eurer okay ich komme gleich und töt den auch gerade oben die kannst du wie hier ist da ist kein zombie der ist draußen